Hallo Freunde, eure Lutterbuben, der Blecky. Gudolf. Hallo. Und ihr wisst, wir als Lutterbuben reisen gern mal rundherum um die Welt. Und heute, ihr seht es schon an unseren Hüften, entführen wir euch in eine Stadt in Texas. Und heute, ihr seht es schon an unseren Hüften, und 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 ihr seht es schon an unsere Hüften, Untertitelung des ZDF, 2020 Schalalalala And the reader waits for me Schalala, la-la-la-la-la-la Schalala, la-la-la-la-la, La-la-la-la-la Emergency waits for me Schalala, la-la-la-la-la-la Schalala, la-la-la-la-la-la Schalala, la-la-la-la-la-la Environmental passiert für mich Ja, Freunde, Tony Christie, die britische Pop-Legende und Amarillo. Und das war's für heute schon mal wieder. Bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit.